Und willkommen zurück. Wir haben in der letzten Folge bei diesem Kerl hier bei Erwin Price eine Schlüsselkarte gekauft. Und mit der werden wir uns jetzt zu folgenden Ort begeben. Scotty, beam me to the geheimen Labor, the secret lab. Was werden wir dort finden? Kommen wir wirklich überall rein? Er hat uns versprochen, dass wir mit der Schlüsselkarte wirklich in jeden Raum reinkommen. So, dann gehen wir mal hier hin. Wir könnten natürlich auch noch weitere Beweise suchen. Ah ne, können wir nicht mehr. Okay. So ein bisschen... Oh ja, Moment. Bevor wir runtergehen, solltest du vielleicht nochmal auf Toilette gehen. Nicht, dass du da Spuren hinterlässt, indem du da dein Urin mitten im Geheimlabor platzierst. Das wäre nicht so schön. So, Schlüsselkarte verwenden. Jetzt kommt der ganz große Augenblick. Werden wir es schaffen, wirklich ins Labor zu kommen? Jason versucht es mit einer, ja, sehr teuer gekauften Schlüsselkarte. An einem Samstagabend. Hoffentlich arbeitet gerade keiner... Ah! Im Labor. Was ist das? Oh, das ist nicht gut. Das sind bestimmt die Sporen, von denen die gesprochen haben. Oh, 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 oh. Ich ahne Böses. Ich ahne wirklich Böses. Hallo? Kann ich noch was anderes sehen, außer eine Treppe? Oh! Das Geheimlabor. Pflanzen. Oh mein Gott. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hoch. Wir gehen erstmal hier rein und gucken. Er ist angespannt. Ja, das kann ich verstehen. Er hat jetzt so lange... Kannst du den auch mal weiterverfolgen? Er hat jetzt so lange gebraucht, hier reinzukommen. Und jetzt ist er endlich da. Oh mein Gott. Hier sind Pflanzen drin. Ich hätte ja lieber ein Foto gemacht, aber okay. Ich kann mir jetzt alle nur bewundern, die Pflanzen. Okay. Benötigt 15 Spornhaufen. Frage das Militärpersonal an der örtlichen Bar nach einem Infektionskenner. Er kann verwendet werden, um Spornhaufen zu finden. Okay. Also wir brauchen einen Infektionskenner. Diese Geräte hier können wir alle nicht benutzen. Okay. Was ist hiermit? Da brauchen wir auch Spornhaufen. Fässer, die kann man nur bewundern. Ah, hier ist alles voller Sporen. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt durchgehen sollten. Also wir müssen erstmal wieder zurückgehen. Leider, leider, leider. Wir, ähm, kann ich mich hier raus beamen? Das geht wahrscheinlich schneller. So, wir müssen leider wieder aus dem Labor raus, weil wir müssen erstmal mit dem Militär sprechen, dass wir dieses Ding bekommen, um Sporen zu finden. Oh, die Blüte gedeiht. Beim Verlassen des Geheimlabors fällt dir auf, dass der Himmel eine unheimliche Farbe angenommen hat. Irgendetwas hat sich in Strangerville geändert. Und nichts zum Guten. Beim Öffnen der Labortour muss Gift in die Atmosphäre gelangt sein. Du musst eine Möglichkeit finden, dich vor den giftigen Sporn im Geheimlabor zu schützen. Sprich mit den Leuten in der Stadt, um heraufzufinden, ob sie dir weiterhelfen können. Oh, das ist natürlich jetzt eine Herausforderung. Eine große Herausforderung. Wir werden jetzt erstmal fragen wegen den Sporen selber. Ey, du sollst mit ihr reden, dich nicht dahinsetzen. Giorgi Rino. Ich habe einen Infektionsscanner. Der ist echt cool. Ich kann, ähm, das sind Geheiminformationen, aber vielleicht gelingt es dir, mich zu überzeugen, mir einen zu geben. Ja, ähm, wahrscheinlich. Hoffentlich. Ich kann mich auch nochmal freundlich vorstellen. Imponieren, okay. Ach, der soll sie mit Liegestutzen imponieren. Na super. Wie lange soll der das machen, bis er fertig ist? Das ist aber schlecht. Der ist sowas von untrainiert. Ich habe die Fitnessfähigkeit erworben. Okay. Mit steigenden Fähigkeitenlevel werden fortgeschrittene Fitnessübungen freigeschaltet. Okay, wir lassen das Ganze jetzt mal einfach so laufen, weil er scheint ihr damit ja imponieren zu wollen. Du machst wohl Witze, das soll beeindruckend sein. Du musst schon stärker sein, wenn du mich beeindrucken willst. Ah, Mist, das hat nicht geklappt. Ich kann ja auch anders imponieren, so wie es aussieht. Ne, doch nicht. Das ist nicht anders imponieren. Oh. Okay, soll ich sie verführen? Kann ich sie verführen? Hallo? Ähm, okay. Um Infektionskenner kämpfen. Ja, ich glaube, da hätte ich jetzt keine Chance. Dann imponiert er doch mal ein wenig. Vielleicht, vielleicht, wenn er auf 100 hochkommt, also wenn er voll wird, vielleicht schafft er es dann mal, um ihn zu imponieren. Ach, Mädel, ich muss ihr imponieren. Nicht, hallo, keinen IP-Leuten. Guck mal weiter hier. So. Aber ich habe so das, ich habe es irgendwie morieren, dass das stimmt. Also, dass ich auf jeden Fall ihr imponieren muss. damit ich das Ding bekomme. Also, es reicht wohl nicht, wenn ich irgendwelchen anderen Leuten informiere. Nehme ich mal an, ich weiß es nicht. Komm, nochmal. Los. Irgendwann bist du auf 100%. Komm, wir kämpfen jetzt mal drum. Los. Ich ergebe mich. Ah! Hol meinen Infektionskenner. Du hast ihn verdient. Yes! Andeuten, Mutter sei ein Lama. Okay. Habe ich jetzt diesen Scanner? Infektionsscanner. Super. Anzahl der Scans bis zum Wiederaufland 3. Mit dem Infektionsscanner kannst du Spornhaufen finden, indem du klickst und im Boden scannst. Versuchgebiet. Okay. Okay. Hier scannen. Genau. Scannen wir doch mal hier. Hier sind ja überall diese Sporen. Ne, komm. Was ist denn das da? Was ist denn das da? Okay. Was war das? Einen Sporenhaufen haben wir schon mal. Okay. Dann scannen wir mal hier. Ach, das sind die Sporenhaufen, die ich da... Okay. Wieso kann ich jetzt hier nicht scannen? Hier vielleicht? Oder geh einfach mal hier hin. Vielleicht hat das ja damit zu tun. Hallo. Hat damit nichts zu tun? Kann ich hier denn scannen? Hier kann ich scannen. Okay. Komm, halt noch durch. Hier sind keine Sporen, oder wie? Okay. Was ist hier? Hier sind doch überall Sporen. Will er mich veräppeln? Pass auf, dann gehen wir jetzt erstmal nach Hause. Weil er scheint ja hier doch sehr... extrem müde zu sein. Oh mein Gott. Die Pflanzen. Ich mach hier erstmal ein Foto von. Komm, das muss auf jeden Fall jetzt noch, bevor du dich ins Bett legst. Ich soll denen zwar nicht zu nahe kommen, aber ich muss eine Probe sammeln. Anders geht es nicht. Du musst eine Probe holen. Sei mutig. Eine Objektträgerprobe wurde im Inventar von Jason hinterlegt. Er kann das Mikroskop verwenden, um sie zu analysieren. Ja, aber erstmal gehst du schlafen, weil du fällst mir hier sonst gleich was weiß ich wovon. Das können wir danach auch wegwerfen, wenn du wach bist. Ich glaub, die Toilette sollte mal gereinigt werden. Aber das kann auch sein, ich glaub, die sieht nur so aus. So, wir lassen ihn jetzt erstmal ein paar Stunden schlafen. Das ist ganz wichtig, weil sonst macht er ja sowieso nichts mehr. Schauen wir mal in der Zeit nach. Ah, okay. Da können wir dann auch nochmal Proben von sammeln. Das machen wir dann doch gleich mal. So. Du gehst jetzt erstmal auf Toilette. Hä? Achso, ich hab die Toilette nicht angeklickt. Ah, okay. Okay, also wir haben jetzt erstmal drei Proben gesammelt. So, danach gehst du dann bitte mal baden und nimmst dir eine Kleinigkeit zu essen raus, weil wir haben keine Zeit, um jetzt vernünftig zu essen. Gut, das Soziale geht ein bisschen runter, aber das ist nicht so schlimm gerade, weil wir wollen ja dem Geheimnis auf die Spur kommen. Äh. Abgesehen davon, dass der immer noch nicht baden war. What the hell? Was ist das? Da sind Ranken aus der Toilette gekommen. Die musst du entfernen. Ja, komm, mach hin. Los. Ich will wissen, was das mit diesen Ranken auf sich hat. Ist der wirklich so dreckig? Wenn ihm diese komische lila nach haut, das kapiere ich bis heute noch nicht. Die Ranken entfernen. Entfernen sie los. Das kann nichts Gutes bedeuten. Ich hoffe, da passiert jetzt nichts bei. Oh, was ist das? Ich höre irgendwas. Sind das die Pflanzen? Irgendwie hört sich das sehr strange an im Moment. Jetzt, nicht ernsthaft. Wieso geht die Energie jetzt wieder runter? Der hat doch gerade erst geschlafen bis zum Gehtnichtmehr. Komm, essen noch was? Wir müssen ins Geheimlabor. Wir haben keine Zeit mehr. Oh, was war das? Also, wenn so eine Musik kommt, denke ich immer, irgendjemand steht vor der Tür oder irgendetwas ist passiert. Was machst du jetzt? Jetzt wäscht er das da ab. Ist der denn doof? Naja. Ja, ja, ja. Wir müssen jetzt reisen. Es tut mir ja leid, aber ich weiß auch, dass du keinen Spaß im Leben hast gerade. Aber wir müssen ins Labor. Wir müssen ja dem Ganzen auf die Schliche kommen. Vielleicht schaffen wir es hier noch in dieser Folge, diesen ganzen Geheimnis auf die Spur zu kommen. Vielleicht finden wir aber auch nur einen neuen Hinweis. So, sammeln hier nochmal eine Probe von. Ach, stimmt. Wir haben jetzt noch gar keine drei, oder? Wir haben noch gar keine drei Haufen. Mist. Oh, oh, oh. Oh, ich denke mal, wir haben jetzt doch so einiges an Spornhaufen. Ja, nimm. Los. Okay, dann nehmen wir nochmal die Schlüsselkarte, um da reinzukommen. Oh, mein Gott. Das sind noch mehr Sporen jetzt. Oh, ich glaube nicht, dass das so gesund ist, was wir hier machen. Oh, oh, oh. So, also durch die Sporen würde ich jetzt nicht durchgehen. Aber wir müssen ja sowieso erstmal hier rein. Hä? Ach, ich brauche 15 Sporen. Och, nee. Ich dachte, drei. Wieso komme ich denn auf drei? Also brauchen wir insgesamt 30 Sporenhaufen. Oh, mein Gott. Ja, dann scan mal hier. Ja, das werden wahrscheinlich die meisten Sporen sein. Aber ob das so gesund ist, dass wir da durchlaufen, ich weiß es nicht. Äh, Jason? Ist der denn jetzt schon wieder hingelaufen? Hallo, du sollst jetzt kennen. Nein. Jason. Warum nur? Oh, mein Gott. Sie haben Jason getötet. So, was hat er jetzt gemacht? Oh, nein. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich glaube, er ist verrückt geworden. Die Sporen sind zu giftig, um sie ungeschützt zu durchqueren. Stelle Fragen über Sporen in der Stadt, um herauszufinden, wie du die schützen kannst. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Können wir denn? Wir können aber doch reisen. Oh, mein Gott. Jetzt sind wir genauso irre. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh, was war das? Ach, das war eine Pflanze. Oh. Okay. Obwohl, Moment, das war doch die Bar, wo ich gerade... Nee, das war die Bibliothek. Ach, ich bin zur Bibliothek gegangen, nicht zur Bar. Ich wollte aber eigentlich... Wollte ich zur Bar gehen. Obwohl, da sind doch eigentlich auch Wissenschaftler manchmal drin, oder? Genau, reden wir mal mit der. Nach Sporen fragen. Was auch immer du da machst, ist kein Warten. Jason, mach hin. Unbändiger Verrat am Herzen. Was soll denn der Quatsch? Hallo, du sollst mit dir reden. Geht es noch? Nach Sporen. Los. Frag endlich. Oh, prima. Du hast einen Infektionsscanner gefunden. Und möglicherweise ist die Konzentration der Sporen rund um das Labor besonders hoch. Komm zu mir zurück, nachdem du sie gesammelt und analysiert hast. Okay. Das heißt, ich muss jetzt auf jeden Fall 30 Sporen finden, die ich dann erstmal analysieren kann. Beziehungsweise muss. Ei, 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 ei. Und dann muss ich zu ihr zurückkommen. Oder vielleicht auch zu jemand anderem. Ich weiß es ja nicht. Oh, wieso ist jetzt alles wieder hoch? So, sieben haben wir schon mal. Acht. Ich habe, was, was, was? Ich habe die Materialien, was stand da gerade? Um Sporenfilter herzustellen, aber ich konnte noch nicht genügend Sporenhaufen analysieren. Okay. Oh, jetzt kann man hier wieder nirgendwo scannen. Okay. Hier müsste man doch eigentlich... Ich meine, das ist doch direkt neben der Pflanze. Das finde ich irgendwie ein bisschen doof gemacht. Oh, Moment. Da waren doch gerade Sporen. Hier sind doch überall Sporen. Wieso kann ich denn da keine scannen? Also, meine Lieben, ich würde sagen, dass ich mich jetzt hier mal so ein bisschen auf die Suche mache, um Sporen zu scannen. Ich meine, es ist ja immer das Gleiche. Und wenn ich dann 15 bzw. 30 davon insgesamt gefunden habe, also gescannt habe, dann melde ich mich gleich nochmal im nächsten Video bei euch. Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.